Hallo ihr Lieben, hier ist Julia von Weil du schön bist und ich habe gerade festgestellt, es ist ja wieder Mittwoch und damit Zeit fürs Mittwochsupdate. Ich habe hier heute ein Tarot, was ich lange nicht mehr benutzt habe, weder auf dem Kanal noch für mich privat. Das nennt sich The Good Tarot, das Gute Tarot. Und du siehst schon, die Karten sind riesig hier, aber passen auch sehr schön in die Deko mit der Blume und dem Tisch und hier schon wieder das Grün. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was die Botschaften sind für den heutigen Tag. Ich würde sagen, wir gehen damit rein und zwar, was ist das Thema, was ist die Herausforderung, was ist der Tipp und wohin führt das Ganze? So, was ist das Thema des heutigen Tages? Plus, minus, ein paar Tage habe ich das Gefühl, es könnte eine etwas fließende Belegung sein. Was ist das Thema hier im Kollektiv? Die Herrscherin. Ja, die Lichtverhältnisse im Übrigen sind heute ein bisschen bescheiden, weil das Licht so krass reinballert und dann ist das Licht wieder hinter einer Wolke weg und dann verändert sich das hier immer. Also, sorry für das hell-dunkel, was hier gegebenenfalls jetzt passieren kann. Aber wir haben hier die Herrscherin, das ist das Thema. Kreieren, erschaffen, etwas nähren, das ist auch die Karte der Fülle, aber die Fülle bekommst du eben, wenn du was erschaffst, kreierst, wenn du etwas nährst. Wo gibst du jetzt deine Energie rein? Schwanger gehen, das ist die Schwangerschaftskarte, schwanger mit Projekten gegebenenfalls auch wirklich das Thema Schwangerschaft, was hier auf den Tisch kommt. Aber was sind die Projekte, was sind die Sachen, die du jetzt nähren möchtest, wo du möchtest, dass die wachsen? Das kann eine Beziehung sein, das kann ein Job sein oder ein Hobby. Aber die Herrscherin sagt oder fordert dich auf, eben ganz genau hinzuschauen, wo du jetzt deine Energie reinsteckst, damit du dann eben in dieser Angelegenheit irgendwann zur Erntezeit gehst und die Ernte hier einfährst. Die 3 ist auch die Zahl der Kreativität. Das könnte auch ein verspielter, neugieriger Ansatz sein, wenn ich mir jetzt nur die Zahl anschaue heute, hier mit dem Hauptthema. Aber wir haben theoretisch dadurch auch, die 3 ist eher so die kindliche Energie, die Herrscherin ist eher eine mütterliche Energie. Es kann also auch etwas sein heute, wo irgendeine Situation mit deinem Kind auftaucht oder mit deiner Mutter, ne? Also eine Mutter-Kind-Situation auf die eine oder andere Weise kriege ich hier auch rein. Und da kann es dann auch um Anerkennung und Wertschätzung gehen grundsätzlich. Schauen wir mal, was die Herausforderung ist. Die Stärke. Schon wieder eine große Arcane-Karte. Ganz spannend. Die Zahl Nummer 8, die Stärke. Die Herausforderung ist wahrscheinlich, die innere Kraft und Stärke zu besitzen, über eine gewisse Herausforderung hinauszuwachsen. Ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben, nicht den inneren Löwen herauslassen und zu sagen und dann dadurch quasi alles klein und kurz hacken. Sondern ich glaube, die Herausforderung am heutigen Tag ist eine innere Kraft und Stärke an den Tag zu legen. Klar, wenn man hier Mutter und Sohn oder Mutter-Tochter-Situationen sieht, dann könnten da jetzt sich viele denken, worauf es hinausläuft und sagen, ja, es ist gerade wirklich schwierig, hier inneren Frieden und innere Kraft zu bewahren. Aber auch wenn es um die Sachen geht, die du kreieren möchtest, es kann um dein Business gehen, hast du die innere Kraft und Stärke, jetzt zu sagen, okay, ich unternehme jetzt die notwendigen Schritte, die mich heute ein bisschen weiter an mein Ziel bringen. Wenn du jeden Tag nur ein kleines bisschen machst, dann hast du in einer Woche schon ein großes bisschen geschafft. Und da kann es eben auch um die innere Kraft und Stärke gehen, wirklich sich jetzt aufzuraffen und zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Plan, ich möchte diese Fülle, ich möchte dieses Projekt erschaffen und kreieren. Was auch immer das hier für dich ist, das kann tatsächlich finanzielle Angelegenheiten sein. Und dann da die innere Kraft und Stärke zu haben, erstens einen kühlen Kopf zu bewahren, ruhig zu bleiben, um dadurch eben zu entscheiden, hey, was ist jetzt der logische, beste, effizienteste, nächste Schritt, um hier die Ernte zu erreichen in einer gewissen Angelegenheit. Auch in einer Beziehung könnte das etwas sein. Das Thema Schwangerschaft ebenfalls, die Zahl 8 ist die Zahl der Fülle, ist die Zahl, auch die Zahl der Fülle des Erfolgs, die Zahl des Manifestierens. Hier möchte was erschaffen werden, hier möchte etwas kreiert werden und diese Karten fordern dich heute auf, mal ganz genau hinzuschauen. Auch da wieder, wie manifestieren wir, wo steckst du denn deine Energie rein? Gedanklich gesehen, lässt du dich ablenken von Dingen, Kleinigkeiten, die wir ja dann oft auch als Großigkeiten irgendwie empfinden? Oder hast du die innere Kraft und Stärke, deinen Fokus umzulenken auf die Dinge, die du wirklich willst, die Dinge, die dir gut tun, die dich vielleicht auch selber nähren? Das hier könntest du sein, in deiner eigenen Kraft und Stärke, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht fehlt dir heute aber auch ein bisschen die Kraft und Stärke und du fühlst dich generell energielos und darfst hier ein bisschen mehr dich selber nähren. Was ist der Tipp hier? Was ist der Tipp im Kollektiv? Was ist der Tipp hier heute am Mittwochsupdate? Die Acht der Stäbe. Kommunikation könnte etwas sein, was hier weiterhilft. Kommunikation oder Bewegung auf die eine oder andere Art und Weise. Das könnte wirklich ganz, ganz simpel sein, dass du hier einen Konflikt hast, der dir Kraft und Stärke raubt. Also eine Blockade oder eine Herausforderung, das geht hier auf deine Kraft und Stärke, wo es vielleicht wichtig ist, dich zu bewegen, wortwörtlich, physisch zu bewegen. Zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus und gehe mal irgendwie drei Runden um den Block. Wir haben hier schon wieder die Zahl 8 im Übrigen. Zweimal die 8 jetzt. Auch das könnte etwas für dich bedeuten. Entweder spielt der 8.8. eine Rolle. Der 3.8. könnte eine Rolle spielen hier. Naja, also vielleicht ist für dich der Monat August auch auf irgendeine Art und Weise signifikant. Die Stärke, du siehst es hier drauf, das ist der Monat August, ist der Monat der Löwen. Also wenn du Löwe bist, kann es sein, dass du jetzt sehr damit resonierst oder vielleicht hast du es mit einem Löwen zu tun. Der Tipp hier ist A. Kommunikation, B. Bewegung oder C. in die Aktion gehen. Weil mit den 8 des Feuers sehen wir, dass viele Dinge in kurzer Zeit passieren. Und das ist der Tipp an dich. Guck, dass du jetzt viel schaffst, dass du jetzt viel erledigst. Grundsätzlich mit der Herrscherin bist du eigentlich in der Energie des Erschaffens und Kreierens, dass wirklich auch Sachen erledigt kriegen. Was auch immer der Konflikt ist, ich habe fast das Gefühl, dass wir hier entweder den Konflikt sehen, was deine eigene Energie anbetrifft, dass dir irgendwas Energie zieht, aber dass es einen Konflikt gibt in deinem Leben, wo es dir gerade schwerfällt, deinen Fokus wieder zu richten. Gerade heute habe ich aber auch wiederum das Gefühl, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Kraft und Stärke zu haben, deinen Fokus wieder umzulenken und ins Tun zu kommen. In irgendeiner Sache darfst du hier ins Tun kommen. So, eine Karte. Woraufhin läuft die ganze Schose hier? Woraufhin? Was ist das Endresultat der Ausgang? Was ist der Ausgang der Situation? Schicksalsrat. Das ist jetzt hier keine kleine Legung. Also hier geht es um ziemlich, ziemlich große Veränderungen, habe ich das Gefühl. Denn das Schicksalsrat ist, dass grundsätzlich kann man sagen, hier wendet sich etwas zum Guten. Hier wendet sich was zum Positiven. Die 10 ist auch Zahl des Abschlusses, aber eigentlich sind die Zahlen von 1 bis 9. Und ab 9 geht es dann weiter mit 10. Und 10 ist die höhere Oktave quasi, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob Oktave das richtige Wort ist, aber von der 1. So, das geht auch hier, habe ich das Gefühl, darum, ein Level hoch zu steigen. Wir hatten das, bin ich der Meinung, auch gerade am Montag, in der Montagslegung. Hier möchte eine Veränderung kommen. Für diese Veränderung ist es aber wichtig, dass du ins Tun kommst. Ob in der Kommunikation, in der Bewegung, irgendwas, da darfst du hier ins Tun kommen. Vielleicht fehlt dir im Moment so ein bisschen die Kraft und Stärke, aber vielleicht ist gerade auch dann, sich da einmal darüber hinaus zu setzen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt einmal um den Block. Ich gucke mal, dass ich ein bisschen frische Luft kriege. Ich komme hier ins Tun, weil eigentlich die Energien dich gerade total auffordern, zu sagen, was auch immer du erschaffen und kreieren möchtest, in dir selber, in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen, komm ins Tun. Du hast die Schöpferkraft hier liegen. Du bist die Erschafferin, die Kreiererin. Zahl 3 für das Kind. Neuanfang liegt in der Luft. Auch 3 für neugierig sein, für spielerisch sein. Könnte hier etwas sein, das dir hilft. Manifestieren, manifestieren zweimal die 8. Und hier die höhere Oktave ist ein Neuanfang, aber auf einem ganz anderen Level. Hier möchte sich etwas zum Positiven wenden. Für manche von euch kann das eine recht große Sache sein. Eine recht lebensverändernde Sache mit dem Schicksalsrat, was wir hier liegen. Wo ich das Gefühl habe, das kann sein, dass dieses Schicksalsrat etwas ist, was jetzt vielleicht noch nicht heute komplett zu sehen ist, sondern dass du hier auf etwas hinarbeitest, was eine große Veränderung sein wird. Was ein Level höher sein wird in irgendeinem deiner Lebensbereiche. Für den einen oder anderen, wenn das für dich eher im Privaten hier heute ist und du sagst, ja, mir fehlt das heute voll an Kraft. Ey, das ist voll meine Schwäche. Ich möchte eigentlich kreieren. Ich bin eigentlich inspiriert, aber ich habe die Energie nicht, die Kraft der Stärke nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwas anderes, was du für dich tun kannst. Also auch da wieder ins Tun kommen. Vielleicht hilft dir eine gewisse Kommunikation, deine Energie wieder rumzureißen. Also auch wenn ich es jetzt mal nicht auf dein Leben und o, großer Wechsel in deinem Leben sehe, dann sehe ich hier, dass auf jeden Fall du aus dieser Energie wieder rauskommst, wenn du ein bisschen was dafür tust, dich nicht so hängen lässt. Aber das kann ein Gespräch sein mit jemandem, das kann sportliche Betätigung sein, dir etwas Gutes tun, damit du hier deine Energie wieder shiften kannst und wieder auf ein anderes Schwingungsniveau hocharbeiten kannst. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, diese kleine, aber feine Legung hat heute ein bisschen weitergeholfen. Sende euch ganz liebe Grüße hier aus dem sonnig bewölkten Haarballon und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.